Dieses zum Kauf angebotene Einfamilienhaus wird in Niedernhausen erbaut. Das Gebäude verfügt über zwei Parkplätze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1300 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 240 Quadratmetern. Das Haus steht für 419.000 Euro zum Verkauf. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017